Ich bin zwar nicht besonders nah am Wasser gebaut, aber heute könnte ich ganz leicht in Tränen ausbrechen, weil ich den Eindruck habe, dass es viele Menschen gibt, die diese Botschaft unbedingt hören müssen. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid und dass ich hier bin und dass wir zusammen hier sind. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Ich möchte heute über ein eher ungewöhnliches Thema sprechen. Gott hat es mir ans Herz gelegt und ich glaube, dass der Kerngedanke viele Menschen sehr ansprechen wird, wenn sie sich einmal etwas näher damit auseinandersetzen. Und zwar, es ist okay, wenn nicht alles okay bei dir ist. Es ist okay, wenn nicht alles okay bei dir ist. Meiner Meinung nach ist es so wichtig, dass wir in unseren christlichen Kreisen aufrichtig sind. Wir sollten ehrlich sein mit dem, was wir durchmachen. Wir sollten ehrlich zueinander sein. Ich glaube, es gibt Gründe, warum Christen in Sachen Ehrlichkeit zögern. Ein Grund ist, dass andere Christen Vertrauliches nicht immer vertraulich behandeln. Das muss sich wirklich ändern. Wir müssen lernen, Vertrauliches für uns zu behalten. Die Bibel hat so einiges über Verschwiegenheit zu sagen. Darüber kein Schwätzer zu sein. So gibt es eine Bibelübersetzung wieder. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Vertraulichkeit. Eigentlich sollte uns niemand bitten müssen, erzähl das nicht weiter. Unser Herz sollte uns sagen, dass wir Dinge, die uns anvertraut wurden, nicht einfach ausplaudern. Es sei denn, jemand hat uns ausdrücklich die Erlaubnis dafür erteilt. Der andere Grund, warum viele Christen nicht über das sprechen, was sie durchmachen, ist der, dass ihnen vermittelt wurde oder dass sich bei ihnen die Vorstellung festgesetzt hat, Bei einem Christen sollte immer alles in Ordnung sein. Dein Glaube sollte stark genug sein. Immerhin ist ja Gott deine Stärke. Uns wird gelehrt, dass wir zuversichtlich sein sollten. Und das stimmt natürlich auch. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Aber ich glaube, wir müssen das richtige Maß finden. Als Christen sind wir Glaubensgeschwister. Wir sind Familie. Und in einer Familie sollte die Freiheit herrschen, sich ehrlich mitteilen zu können. Leider gibt es viele Menschen, die ein einsames, isoliertes, zurückgezogenes Leben führen, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht ehrlich zugeben können, ich mache eine schwere Zeit durch. Oder, mir geht es nicht so gut. Oder, ich leide an dem und dem. Was auch immer es im Einzelnen ist. Vor einigen Wochen habe ich angefangen, mal bewusst darauf zu achten, wie wir uns begrüßen. In unserem Kulturkreis sagen wir häufig, wie geht's, wie steht's. Und fast jeder antwortet darauf gut. Sehr fromme Menschen fügen dem vielleicht noch ein Preis den Herrn hinzu. Eines Tages überlegte ich dann, nein, es geht nicht all diesen Menschen gut. Nicht bei jedem ist alles in Ordnung. Ich glaube, Menschen würden so viel mehr Freiheit erleben, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie sich mitteilen könnten. In der Bibel steht, und wir werden uns diese Bibelstelle gleich noch genauer anschauen, Bekennt einander eure Schuld. Einem anderen etwas sagen zu können, verschafft uns oft große Erleichterung. Das gilt besonders für Frauen, glaube ich. Wir müssen hin und wieder Dampf ablassen. Natürlich können wir das auch Gott gegenüber tun. Aber manchmal brauchen wir einfach den Zuspruch eines Menschen, der uns sagt, Hey, ich verstehe das. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich bete für dich. Darüber möchte ich heute sprechen. Um authentisch zu sein, müssen wir die Wahrheit sagen können, ohne Angst davor zu haben, dass wir abgestempelt werden. Und ohne zu befürchten, dass andere denken, wir hätten keinen Glauben. Seien wir doch ehrlich. Wir alle machen Dinge durch. Wenn also jemand sagt, ich hatte eine harte Woche. Warum stempeln wir ihn dann ab und denken, er hätte nicht genug Glauben oder sollte nicht so empfinden? Wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns doch alle manchmal so. Wir wollen es nur nicht zugeben. Höchstens in Ausnahmefällen gegenüber einem sehr guten Freund. Das andere Extrem ist jemand, der sich ständig über alles beklagt, was er durchmacht. In seinem Leben läuft immer irgendetwas schief. Jedem, der ihm auch nur ein halbes Ohr leid, erzählt und erzählt und erzählt er davon. Aufs richtige Maß kommt es an. Authentizität bedeutet, sich von dem zu lösen, was wir unserer Meinung nach sein sollten. Und der Mensch zu werden, der wir wirklich sind. Das gefällt mir. Wir sind vielen Erwartungen von unterschiedlichen Menschen ausgesetzt. Oft spüren wir diese Erwartungen sogar, obwohl sie gar nicht ausgedrückt werden. Ich wünsche mir einfach, dass wir frei sein können, um ehrlich zueinander zu sein. Authentisch zu sein. Authentisch zu sein. Also. Leider haben wir festgestellt, dass nicht jeder gut mit dem umgeht, was wir ihm anvertrauen. Das finde ich sehr traurig. Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, und es war wie eine Bestätigung dafür, dass dieses Thema jetzt dran ist. Ich kenne diese Frau schon seit vielen, vielen Jahren, und sie sagte zu mir, Ich würde dir gerne etwas erzählen, aber versprichst du mir, dass du es niemandem weitererzählst? Ich sagte absolut. Ich meine, ich habe gelernt, den Mund zu halten. Daraufhin erzählte sie mir einige Dinge, die ihr vor 35, 40 Jahren widerfahren waren. Und ich dachte, wie traurig, dass sie diese Last 40 Jahre lang mit sich herumschleppen musste, und das Gefühl hatte es niemandem anvertrauen zu können. Nachdem sie es mir erzählt hatte, fragte sie mich, was ich darüber denke. Ich sagte ihr, ich glaube, du hast genau das Richtige getan, es mir zu erzählen. Ich glaube, dass du dadurch einen Schlussstrich unter dein Problem ziehst. Manchmal kommt man von etwas los, indem man sich jemandem anvertraut. Ich meine, warum machen Menschen eine Therapie? Warum suchen sie Therapeuten oder Seelsorger auf? Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber im Grunde bezahlt man jemandem 100, 125, 150 Dollar die Stunde, damit er einem zuhört. Man erzählt seine vertraulichen Sachen jemandem, der gesetzlich dazu verpflichtet ist, keinen Vertrauensbruch zu begehen. Eigentlich sollten auch wir in dieser Weise füreinander da sein. Natürlich müssen wir Weisheit walten lassen. Nicht jeder Gesprächspartner ist vertrauenswürdig und nicht jeder Gesprächspartner muss alles von einem wissen. Doch wir sollten Wege finden, um ehrlich zu sein, ohne negativ zu klingen, so als ob wir keinen Glauben hätten. Manchmal geht es uns tatsächlich gut. Und wenn wir an geistlicher Reife zunehmen, wird das immer häufiger der Fall sein. Wer geistlich reif ist, der lässt sich von Problemen nicht so sehr stören. Er hat genug Erfahrungen mit Gott gesammelt, um zu wissen, dass am Ende alles zum Guten führt. Aber ganz gleich, wie geistlich reif man schon ist – zumindest ist das meine Erfahrung – und ich folge Jesus bereits sehr lange nach und beschäftige mich viel mit der Bibel. Jeder hat schlechte Tage. Sie tauchen vielleicht nicht mehr so oft auf, aber wir alle haben solche Tage. Denkt einmal an Elijah. Er war ein großer Mann Gottes, der an einem Tag einen beeindruckenden Glaubensakt vollbrachte, doch am nächsten Tag am liebsten sterben wollte. Wenn ihm das passieren konnte, wie viel mehr dann uns? Jesus rief am Kreuz aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etwas Schlimmeres gibt es doch nicht, als das Gefühl von Gott verlassen zu sein. Also, uns geht es nicht immer gut. Und man darf ruhig zugeben, ich hatte eine schwere Woche, und ich wäre dankbar, wenn du für mich betest. Aber ich weiß, dass Gott etwas Gutes aus dieser Situation machen wird. Aber Gott – das ist es, was alles verändert. Und es ist erstaunlich, wie oft diese Formulierung in der Bibel auftaucht. Kürzlich habe ich nach Bibelstellen gegoogelt, in denen aber Gott vorkommt, und sofort wurden mir 20 Stellen angezeigt. Einige dieser Stellen möchte ich euch vorlesen. Viele der großen Glaubenshelden, die in der Bibel erwähnt werden, die wir bewundern und denen wir nacheifern wollen, gaben ehrlich zu, wie ihnen zumute war und was sie durchmachten. Doch dann kam immer ein Aber-Gott. Sie brachten ihren Glauben zum Ausdruck. Das können wir auch. Falls unser Gesprächspartner jemand ist, der zu sehr nach Informationen bohrt, kann man demjenigen auf freundliche Weise sagen, weißt du, ich möchte darüber jetzt nicht weiterreden, weil ich nicht glaube, dass es mir oder jemand anderem hilft. Aber ich wäre dir dankbar für deine Gebete und möchte dich bitten, das, was ich dir erzählt habe, für dich zu behalten. Ich frage mich, wie viele Menschen Medikamente gegen Angstzustände, Depressionen oder andere seelische Probleme einnehmen, aber sich nicht trauen, es jemandem zu erzählen, weil es mit einem Stigma behaftet ist, im Gegensatz zu anderen Medikamenten. Wir hätten kein Problem damit, jemandem zu sagen, dass wir ein Medikament gegen Bluthochdruck einnehmen. Oder Medikamente gegen was auch immer. Diabetes, Herzrhythmusstörungen oder vieles andere. Aber wir wollen definitiv niemandem sagen, dass wir Medikamente gegen eine bipolare Störung oder etwas dergleichen einnehmen. Auch hier habe ich eine Bestätigung bekommen, dass dieses Thema heute richtig ist. Normalerweise landen die Briefe, die an unserer Organisation geschrieben werden, nicht bei mir. Doch vor kurzem bekam ich den Brief einer Frau in die Hand. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Jedenfalls schrieb sie, du bist so offen und sprichst über so vieles, was uns sehr hilft. Aber ich habe dich noch nie über Beruhigungsmittel sprechen hören. Könntest du bitte mal darüber sprechen, damit diejenigen von uns, die solche Mittel einnehmen, dafür nicht abgestempelt werden? Das möchte ich zum Anlass nehmen, euch und der Welt zu sagen, dass auch ich Beruhigungsmittel einnehme. Und zwar schon seit langem. Das bedeutet nicht, dass ich keinen Glauben habe. Das bedeutet nicht, dass Gott mich nicht geheilt hat. Es bedeutet nicht, dass ich Gott nicht vertraue. Aber Gott wirkt auf unterschiedliche Weise. Und ich glaube, dass auch jede gute medizinische Entwicklung von Gott kommt. Er ist unser Heiler. Aber in der Bibel steht nicht, dass er nur durch Wunder heilt. Ich habe von einem Priester gelesen, der viele Jahre unter Depressionen litt. Mir fällt jetzt dein Name nicht ein. Aber wahrscheinlich würde er euch ein Begriff sein. Seine Ärzte brachten ihn schließlich dazu, ein Antidepressivum einzunehmen. Ich glaube, es war Prozac. Der Priester sagte, dass er lernte, jeden Morgen, wenn er die Tablette einnahm, Gott dafür zu danken, dass das Medikament sein Leben positiv verändert hat. Ich habe gezögert, öffentlich darüber zu reden, obwohl ich normalerweise alles offen zugebe. Der Grund für mein Zögern ist, dass ich nicht möchte, dass Menschen sagen, Oh, wenn Joyce das macht, dann lasst uns alle zum Arzneifläschchen greifen. Ich möchte keinen Freibrief geben, sondern dazu ermutigen, die Dinge auch ohne Beruhigungsmittel in den Griff zu bekommen. Ich selbst habe viele, viele Jahre versucht, ohne sie auszukommen, bis mir meine Ärzte schließlich sagten, sie leiden unnötig. Vielleicht fragt ihr euch, warum nimmt jemand wie ich, der die Bibel kennt und, so meine ich, eine gute Gottesbeziehung hat, ein Beruhigungsmittel? Nun, die ersten 15 Jahre meines Lebens wurde ich von meinem Vater sexuell missbraucht. Vielleicht wendet ihr ein, aber ich dachte, Gott hätte dich seelisch geheilt. Hat er auch. Aber so etwas hat oft nachhaltige Auswirkungen auf den Körper. Das heißt, solange wir diesen physischen Körper haben, bis wir unseren Auferstehungsleib bekommen, kann es sein, dass wir diese Auswirkungen noch spüren. Wer als Kind einen schlimmen Unfall gehabt und sein Bein an fünf Stellen gebrochen hat, bei dem ist dieses Bein möglicherweise sein Leben lang anfälliger. Wir müssen aufhören, Emotionen als einen Bereich anzusehen, der völlig anders ist als der Rest des Körpers. Denn unsere Emotionen können genauso krank werden oder Schaden nehmen wie jedes Körperorgan. Der Missbrauch hat Spuren hinterlassen. Genauso wie der Umstand, dass meine Mutter nichts dagegen unternahm, obwohl sie davon wusste. Ich wuchs in einem Haus auf, das von Angst und Wut, von Gewaltausbrüchen und Alkoholismus geprägt war und all den Dingen, die damit einhergehen. Obwohl nicht alle von euch so etwas erlitten haben, gibt es doch viele Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben. Mir fehlte jegliches Selbstwertgefühl, weil meine Eltern mir nie ein solches Gefühl vermittelten. Als ich mein Elternhaus schließlich verließ, arbeitete ich mich praktisch zu Tode, um zu beweisen, dass ich nicht ganz wertlos bin. Das tat ich selbst dann noch, als ich mit meiner christlichen Arbeit begann. Nur eben für Gott. Gott allein weiß, wie hart ich gearbeitet habe, um von meinen Anfängen dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Heute schaue ich zurück und frage mich, wie habe ich das alles überlebt? Außerdem hatte ich mehrere schwerwiegende Operationen in meinem Leben. Eine Krebs-OP, zwei Hüft-Operationen, eine Hysterektomie. Ihr mögt jetzt denken, gute Frau, Sie müssen sich unbedingt mal einige Vorträge zum Thema Heilung anhören. Das ist es ja gerade, womit wir Christen aufhören müssen, anzunehmen, dass mit einem Christen, dem nicht durch Heilungswunder, sondern auf medizinischem Weg geholfen wird, etwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, dass Gott die Wahl meiner Vortragsthemen leitet. Und ich glaube wirklich, dass dies mehr Menschen helfen wird, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wir müssen dem Teufel eins auf die Rübe geben, damit Menschen sich nicht mehr verurteilt fühlen oder ihre Angst noch verstärkt wird, wenn sie nicht in jeder Lebenskrise ein Wunder erleben. Ganz schlimm ist es, wenn wir jemanden verurteilen, der mit etwas zu kämpfen hat, womit wir noch nie zu kämpfen hatten, und wir trotzdem eine klare Meinung haben, wie der andere damit umgehen sollte. Kommt! Muss ich das noch einmal sagen? So oft vertreten wir irgendwelche Meinungen, wie andere Menschen mit etwas umgehen sollten, obwohl wir das, worum es geht, selbst noch nie durchgemacht haben. Am allerschlimmsten ist es, wenn Leute dann noch den gesunden Menschenverstand ausschalten und ihre Meinungen mithilfe von Social Media verbreiten. Tut mir leid, aber das geht gar nicht. Es ist wirklich schlimm, wenn jemand so etwas macht. Ich habe auch ein Adenom, eine Drüsen geschwulzt. Das ist ein gutartiger Tumor. Er wächst nicht. Möglicherweise habe ich ihn schon mein Leben lang. Aber mein Arzt sagt, dass er meine Hormone durcheinander bringen kann oder meine Neurotransmitter. Ich habe zwar ein sehr starkes Immunsystem, aber schwache Nebennieren. Deshalb muss ich besonders darauf achten, nicht zu viel Stress in meinem Leben zu haben. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Inzwischen bin ich 78. Und ich habe mich mehrfach selbst sehr krank gemacht. Wir müssen aufhören, uns selbst so etwas anzutun und lieber das tun, was wir tun sollten. Ich hätte nichts dagegen, wenn jemand jetzt ein bisschen klatscht und mir zustimmt. Schauen wir uns mal einen der Glaubenshelden in der Bibel an, um zu sehen, wie er mit seinen Problemen umgegangen ist. Und zwar Paulus. 2. Korinther 1, Verse 8 und 9. Hört euch das mal an. Das ist wirklich gut. Und fragt euch, hätte ich den Mut dazu gehabt? Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Ich meine, das ist Paulus. Er hat zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben. Und er sagte, unsere Schwierigkeiten waren so gravierend, dass wir nicht mal wussten, ob wir mit dem Leben davon kommen würden. Unser Tod schien unausweichlich, aber, 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 aber Gott. Seht ihr das? Das ist die Wende. Hier ist meine Wahrheit. Hier ist meine Situation. Aber hier sind die Fakten. Oder vielleicht sollte ich es andersherum sagen. Dies sind die Fakten. Das ist es, was ich durchmache. Aber die Wahrheit ist, dass daraus etwas Gutes entstehen wird. Es wird ein gutes Ende nehmen. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Wow! Paulus und seine Mitstreiter hatten riesige Probleme. Aber sie hatten nicht gesündigt. Sie hatten nichts falsch gemacht. Dass Paulus offen über das sprach, was sie durchmachten, deutete nicht auf einen Glaubensmangel hin. Er sagte, aber Gott hat uns das durchmachen lassen, damit wir klug genug sind, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf ihn. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das nötig war, weil Gott Paulus auf derart eindrucksvolle Weise gebrauchte. Wer auf große Weise von Gott gebraucht wird, kann sich schnell etwas darauf einbilden. Deshalb haben Menschen, die von Gott sehr gebraucht werden, oft auch die größten Probleme. Nicht, weil sie keinen Glauben haben, sondern um ihren Glauben zu erhalten, damit ihnen klar ist, hey, das ist Gott. Das bin definitiv nicht ich. Hört mal, wie ich mich fühle. Seht mal, was ich durchmache. Wie albern wäre es doch gewesen, wenn seine Leser Paulus gefragt hätten, wie geht's dir? Und er gesagt hätte, gut, alles in bester Ordnung, preis den Herrn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe es satt. Ich wünsche mir, dass andere mir die Wahrheit sagen und ehrlich zu mir sind. 2. Korinther 4, Verse 8 und 9. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Ich bin zwar nicht besonders nah am Wasser gebaut, aber heute könnte ich ganz leicht in Tränen ausbrechen, weil ich den Eindruck habe, dass es viele Menschen gibt, die diese Botschaft unbedingt hören müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch lehren, glaubensvoll und zuversichtlich zu sein. Im Gegenteil, das ist die Lösung für unsere Probleme. Aber diese Lösung schafft die Probleme nicht alle aus der Welt. Wie gesagt, wir sind Familie. Wenn man seiner eigenen Familie gegenüber nicht ehrlich sein kann, wisst ihr, dass die meisten von uns eher einem Nicht-Christen sagen würden, was sie durchmachen, als einem anderen Christen kommt. Das ist ganz schlecht. Christen können manchmal so verurteilend sein. Ich möchte mal kurz eure Mama spielen. Verurteilt nie einen anderen Menschen dafür, dass er in einem Bereich eine Schwäche hat und gerade eine schwere Zeit durchmacht. Besonders dann nicht, wenn es in eurem Leben gerade rosig aussieht. Sagt nicht zu anderen, du musst Gott nur glauben, aber ich glaube ihm doch. Nehmt euch die Freiheit, die Wahrheit zu sagen. Manche werden euch dafür verurteilen. Manche werden euch dafür kritisieren. Aber irgendjemand muss doch den Ball ins Rollen bringen. Warum nicht wir? Okay? Kommt, gebt Gott einen kräftigen Applaus. Mit den Sendungen von Joyce Meyer möchten wir Menschen dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags mit Mut und Zuversicht zu begegnen. Jeden Tag erreichen wir mit dieser Botschaft viele Menschen direkt in ihrem Wohnzimmer. Damit wir auch in Zukunft viele weitere hilfreiche Sendungen produzieren können, brauchen wir Ihre Mithilfe. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Alle weiteren Informationen finden Sie auf Joyce-Meyer.de Es ist sehr schwer und schmerzhaft, mit einer verwundeten Seele durchs Leben zu gehen. Ich weiß das, denn ich habe jahrelang so gelebt, weil ich als Kind von meinem Vater sexuell missbraucht worden bin. Aber ich habe gelernt, dass ich selbst meine tiefsten Verletzungen überwinden kann, wenn ich mich auf den Heilungsprozess einlasse. In meinem Buch Heilung für die Seele einer Frau können auch Sie entdecken, wie Sie Ihren emotionalen Schmerz Schritt für Schritt loswerden können. Sie müssen nicht den Rest Ihres Lebens mit diesem Schmerz verbringen. Es wartet ein ganz neuer Anfang auf Sie. Bestellen Sie das Buch auf Joyce-Meyer.de oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 411 11. 3. 4. 7. 7. 7. 8. 11. 11. 12.